Ich denke, als erstes an meine super Zeit, als ich 2018 in Südkorea hatte. Ich durfte mit einem ganzen Medaillensatz nach Hause kommen. Die grossen Siegerehrungen. An Olympia war immer alles so. Es war zwar das Rennen, aber nachher konnte man am Abend trotzdem schauen und so eine spezielle Übergabe, das spezielle Rennenlaufen. Das ist, glaube ich, am meisten geblieben. Ich bin sicher immer recht am Mitfieber mit den Schweizer. Darum ist mir sehr präsent, wenn Dominik zuerst einmal Abfahrt gewonnen hat, gleichzeitig mit Mase. Der Simi, der zweimal Doppel-Olympiasieger wurde. Und wenn ich an die letzten Olympischen Spiele denke, das Dreierpot, der erste im Cross Country, war schon der Wahnsinn. Meine Olympia-Medaillen und auch meine anderen Erfolge sind in meinem Goldstübchen, das ist im Skigebiet, im Hochheibrig. Da kann man diese gut anschauen. Die haben eine richtig schöne Wand bekommen. Und sind so im Moment für alle ersichtlich, was sicher auch cool ist. Ich war in Peking. 2019 bin ich in China reisen. Weil das hat mir sehr viel gegeben, als ich Südkorea bereisen war, vor der Olympiade. Da habe ich mir wieder die Zeit genommen, um Peking und andere Städte anzuschauen. Ja, es hat sehr feines gegeben. Also ich habe zum Beispiel ein richtig schlechtes Erlebnis von Enten gehabt, aber nicht in China. Und dann bin ich auf Peking gereist und alle Leute, vor allem Chinesen, haben gesagt, du musst Enten probieren. Peking Enten. Das ist das, was du einfach probiert haben musst. Ich habe mich überwunden und auch das habe ich wieder gerne gehabt. Von daher bin ich gerne im asiatischen Raum. Du bist Neues zu sehen wieder. Neue Orte, neue Pisten, neues Drumherum, das wir noch nicht gesehen haben. Und das ist immer das grosse Highlight für mich.